Keine Ahnung, vielleicht muss man ja auch erst an diesen Fasten hier und dann ist da irgendwas, weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, wo wir weiter lang gehen. Ich würde sagen, wir arbeiten und... Bei Xadal King, also jetzt genau geradeaus, theoretisch, soll so ein Savepoint sein, den will ich einnehmen. Boah, Alter, wie der Typ da geflogen ist, aber geil. Das war sehr nubig und sehr schlecht. Wo ist der eine Typ denn hierhin geflogen? Mama, geil! Wie der denn, wie es denn gefetzt hat, ey. Einfach nur geil. Oh, Mann, ey. So, hier haben wir noch Diamanten. Hier haben wir noch mal ein paar Spritzen. Ich würde sagen, auf zum eigentlichen Save-Ding. Machst du mir mein Auto nicht kaputt? Mongo, ey. Okay, die spawnen erst mal die Leichen. Hammer, geil. Okay, wir sind nicht in dich, Mama. So, Unterschlumpf, schon mal gesaved. So. Alles schick. Achso, die liegen hier drunter. Okay, hab nichts gesagt. Klimt habt ihr überfahren. So, ja, vorkommen. Ich würde sagen, erst mal zurück zur Straße. Okay. Ja, ich weiß, das war sehr gut. Ich kann ein Auto fahren. So, das ist so ein, noch so ein Fass da hinten. Okay. So. Das hört sich irgendwie voll eklig an. Oh, was ist denn jetzt los? Da war wohl ein kleiner Leck. Was ist hier los? Was ist das hier, wenn ich fragen darf? Manifizierung. Manifizierung ist auf jeden Fall schon mal gut. Was gibt's da oben, Feines? Aussichtsposten. Und Diamanten. Ja, schon 37. Wird doch langsam. Ja, Aussicht. Aussicht kann was. Auf jeden Fall nicht schlecht. So, würde ich sagen, geht's weiter. So. Und zwar, würde ich sagen, reisen wir erst mal. Ja, Richtung Süden. Kartenmäßig gesehen. Was man Süden nennen kann. Ach, Mensch. Guck mal, da unten begegnet euch schon wieder so ein Dings da. Ich bräuchte eigentlich echt mal sowas wie ein Sniper. Ist ja eigentlich mal voll geil. So ein Sniper könnte echt was in dem Spiel. So, das nächste Mal beim Waffenhändler unbedingt gucken. Dass wir da mal irgendwie rankommen. Ich versuche mich jetzt hier mal wenigstens Niki ranzuschleichen. Keine Ahnung, warum ich jetzt wirklich mal Lacks hab. Tut mir auf jeden Fall furchtbar leid. So, ich muss kurz mal gucken. Hm? Okay. Was ist das? Was ist das? Mach! Von wo? Da will ich hin, der hat nen Sniper. Ich muss mich verarschen. 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 Ich muss mich mal in einen ganz anderen Slot reinziehen. Naja gut, egal. Ist nicht der Weltuntergang. Wäre aber cool gewesen. So. Wo muss ich denn hier hin, dass man kapiert, dass ich das hier gemacht habe? Was ist das denn da vorne, ne? Munition. Munition ist gut. Sehr schön. Mal gucken, was es hier drin noch so gibt. Einen. Einen. Einen einzigen. Boah ey. Da hätten ruhig mal zwei oder drei sein können. Mindestens. Oh nein. Das Spiel ist etwas geizig. Also die Waffenzuteilung finde ich in dem Teil ein bisschen kacke. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Finde ich im dritten Teil besser gemacht. Aber gut, dass es verbessert haben. Also so ist nicht. So, jetzt müssen wir das mal gucken. Ähm. Geradeaus und einfach rechts. Ja, doch rechts. Okay. So. Und da vorne sollte da irgendwo so ein Waffenladen sein. Und dann nehmen wir, gucken wir mal, was wir so noch verlaufen haben. Ob wir schon neue freigeschaltet haben. Stellen wir mal ein bisschen, in der nächsten Mission halbst du folgender Waffen frei. AK, MEG und ein Raketenwerfer. Gut. Dann sollten wir hier diese Mission definitiv machen. Ich speichere mal vorher auch. 8% haben wir schon. ganz ehrlich wir brauchen unbedingt bessere ausrüstung kann nicht sein dass wir hier wie die obermongos ausgerüstet sind aber nichts können so lass mich raten das ist natürlich ganz anders wobei das geht wir müssen eigentlich nur den weg wieder zurückfahren einfach erst mal irgendwie nur nach oben und schnell mit einem schnelleren auto wäre es natürlich ein bisschen einfacher wir müssen jetzt mal gucken wie wir da durchkommen fahren jetzt nämlich direkt durch ein lager ob diese entscheidung jetzt wirklich klug war weiß ich nicht aber irgendwie müssen wir da durch weiter hier ist aber eine menge los hier ist eine menge los für die fressen das ist so noch mal ich suche gerade wo ist denn der ich finde ein mongo nicht war schön von wo ok so bevor du dir aufschließt und meinst du ich bin nicht tot dann gucken wir uns erst mal um das wasser hier spritzen haben wir voll gucken ob hier irgendwas tolles rum ist natürlich unser auto gesprengt war natürlich sehr intelligent von uns aber es ist nicht so schlimm nehmen einfach das hier so unser typ ist mittlerweile doch der kommt uns ein bisschen entgegen ok fährt sich alles super einwandfrei wir müssen da jetzt irgendwie durch am besten fahren wir nicht die straße lang machen machen wir ganz am besten noch langsamer da vorne ist noch munition ok ist nicht halt da jetzt mich verarschen sind es nicht meine leute so doof dass mich meine eigenen leute angreifen was sollen das muss es ja noch schwerer machen als es eigentlich ist ich weiß was soll es ich weiß was soll es jetzt ich weiß wie die mit einem Flammenwerfer sollte ich vielleicht nicht so oft spielen, ist ein bisschen mächtiger als in, what the fuck, als in, na, was ist das denn hier, als in Far Cry 3, hab ich das Gefühl, dass der Flammenwerfer dann wie nichts kann, das Auto klärt jetzt nicht ernst, ob den Wulst der Flammen da, oder? Kann ich das bitte durchhalten? Oh, bitte. Ich will nämlich den ganzen Scheiß nicht wieder laufen. So was zählt das eigentlich? Aber hier sind noch Dinge, ich nehme jetzt erstmal das Fahrzeug und parkt es da. Wobei, wenn, dann können wir es auch direkt da irgendwie parken. Ja, wir finden uns am Weg schon irgendwie. Und jetzt gucken wir mal. Genau geradeaus. Was zur Hölle ist jetzt hier gerade passiert? Ich finde es ehrlich gesagt, will ich das nicht so wissen. Und ja, wir machen einfach mal weiter. Für jeden Fall haben wir gerade eine Menge Chaos angerichtet und eigentlich wollte ich das noch mal nicht mal. Das wird es mich verarschen, ne? Das wird es einfach irgendwie kaputt machen. Oh, what the fuck? Ah ja. Da haben wir hinten noch ein Auto, es funktioniert. Ohne Witz. Ich glaube, das geht noch. Ja, das geht noch. Dann nehmen wir halt die Einfahrt. Naja. Mittlerweile ist der andere wieder drei Jahre entfernt, kann das sein? Naja, es geht. Wir fahren dem Scheiß da jetzt einfach mal entgegen. Ich hoffe, dass wir unterwegs jetzt nicht mehr so viele Umstände haben, die uns in irgendeiner Form aufhalten. Ich hoffe, die kommen uns dann auch gleich entgegen und biegen da unten nicht ab. Aber das wäre natürlich etwas ungünstig. Dann könnte ich hier so ein bisschen auf die Warten und den Hinterhalt vorbereiten. Ja, das ist jetzt schon Premium. In einem schlechten Zugang konnte ich die Waffe aber auch nicht finden, oder? Was sollt ihr denn jetzt? Ja, gut, dass ich immer so schnell nachladen muss. Alter, wie viel haltet ihr denn aus? Das ist ja aber kein Tag. Ziemlich verarschen. Bei Jesus, ey. Ich wette, da vorne ist natürlich erst mal gleich wieder so ein Wachposten. Der uns gleich wieder das Leben schwer machen wird. Das war mir schon irgendwie klar. Das war mir schon irgendwie klar. Das war mir schon mal. Das war mir schon. Ich habe keine Munizierung mehr, das ist, äh, jetzt wird es gleich echt kritisch. Ähm, der Part wird auch schon wieder ein bisschen länger, länglich. Oh, ich muss sagen, so ein Ding kann einiges, muss ich arschen. Ja, der Truck steht da hinten aber noch, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Sehr gut. Brenn, du Schwein. Was ist da hinten, die Karo schon mal explodiert? Oh, oh. Sehr schön. Sehr gut. So. Wir haben hier eigentlich relativ viel blablablabla, was wir noch machen können. Wir gehen erstmal zum nächsten Waffenhändler. Würde sich eigentlich recht gut anbieten. Das bedeutet, dass wir das auch machen. Wir haben hier alle etwas ungünstig geparkt, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Na ja, Wahnsinn. Müssen wir Karre reparieren. Herrlich. Das ist einfach wundervoll. Oh ja. Das ist einfach wundervoll. Weiß ich nicht wirklich. Wie kann man das zuordnen? Gute Sinn, ist hier noch? Ja. 41. Mensch. Wird der langsam hier. Wissen wir bitte dann der Map hier irgendwo. Ist ein Safe-House. Ich wüsste gerne mal wo. Lass mich verarschen. Oh, ist das Mongo, ey. Okay. Fresse halten angesagt. Headshot. Ein Mongo, ey. Machen wir mal bis 4. Und speichern hier mal. Vielleicht ist unser Auto jetzt wieder weg. Aber naja. Machst du nichts. Ist doch nervig, dass der Typ nicht so lange rennen kann, ey. Und wie steht das Auto da nicht mehr? Oder? Doch, doch. Oh Gott, es steht noch da. Herrschaftszeiten. Meine Güte. Ja. Ja.